Musik ist eigentlich mein Lebensinhalt und ich spiele sehr oft auf meiner Orgel oder auf allen Instrumenten, die ich so habe, in meiner Freizeit oder gewissermaßen. Freizeit habe ich ja kaum, aber immer wenn ich die Möglichkeit habe, dann greife ich die Hand zur Trompete und dann spiele ich ein bisschen. Und üben mache ich einmal im Jahr. Gestern habe ich ein bisschen Klavier geübt. Gestern war Weihnachten und ich starb ein bisschen Klavier geübt, weil die Nachbarn da nicht da waren. Aber nur so 10 Minuten. Ja. 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 Sehr gut. Ich hatte schon mal die missliche Situation, kein Klavier zu Hause zu haben. Damals, als ich so 17, 19, 19 war, 20, 21, 25 Jahre lang, irgendwie kein Klavier zu Hause. Ich hatte aber ein Klaviertrieb, wenn ich Geld verdiene, wenn ich dann auch gespielt habe. Und dann konnte ich in die Stadtmicherei bleiben und flüge, üben, durfte ich dann dreiviertel Stunden und so weiter. Ich hatte ein Klavier, ich hatte ein Klavier, ich hatte ein Klavier. Vielen Dank.